Hallo liebe Catalyst-Freunde, Freunde des Kanals. Ja, wie angekündigt werde ich jetzt die Gabel in das Catalyst KF9 einbauen. Die kaputte hatte ich schon ausgebaut, die zeige ich nachher am Schluss noch mal. Und jetzt zeige ich euch mal, was hier so ist. Da haben wir die neue Gabel. Bei der alten, da ist es beim Transport irgendwie, oder vielleicht auch beim Zusammenbauen, auf jeden Fall war dieses Teil hier so schräg. Kann ich euch nachher mal zeigen. Hier ist jetzt alles neu dabei, Schrauben und Steuersatz und alles. Und da ist das Rad. Das hatte der Thomas gekauft, ein ganz netter Kerl. Und der hat dann ein anderes gekriegt. Oh, jetzt gibt es hier Pollen ohne Ende. Der Zug ist hier gerade vorbei gefahren. Naja, wir werden jetzt mal anfangen. Die Schalen sind hier noch drin. Da sind die ganzen Schrauben. Die fehlt doch noch. Ah ja, die. Die kommt nachher ganz oben drauf. So, ich setze die Gabel jetzt mal ein. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. So, eingesetzt habe ich sie. Kugellager oben und unten. Dann ist hier dieser Gummiring, den man hier drehen kann, so ein bisschen. Und die Schraube wird jetzt erstmal handfest gezogen. Da braucht man eigentlich einen 34er Schlüssel. Den habe ich aber leider nicht. 34 oder 33. Ich habe einen 32 ist das Größte, was ich habe. Und deswegen werde ich jetzt meine Wasserpumpenzange holen und den erstmal festziehen. So, jetzt habe ich sie festgezogen. Man darf sie nicht zu festziehen. Dann macht man nämlich die Lager kaputt. Ich glaube, das ist noch ein Tacken zu fest. So ist sie perfekt. Jetzt kommt da dieser Sicherungsring hier drauf. Der hat da eine Nase. Und da an der Seite, da vorne ist eine Nut. So. Da drauf kommt jetzt diese Mutter. Die kann man jetzt mit einem Schraubenzieher und einem Hämmerchen oder so machen. noch ein bisschen festziehen. Die braucht nicht super fest sein. Und dann geht es weiter. So, als letztes kommt jetzt die klappbare Lenksäule dran. Die wird da jetzt so reingesteckt. Hier ist so wie das früher auch bei den Fahrrädern war. Wie gesagt so ein Knebel. Und wenn der sich hoch zieht, dann verkeilt der das Teil. Das muss man natürlich so drauf machen, dass der Lenker nachher gerade ist. Ich habe den Lenker mal drauf gesteckt. Das Rad hat der Thomas super verpackt. Mit T-Shirts von seiner kleinen Tochter. So, jetzt kann man das nämlich hier kontrollieren, wie der Lenker ist. Und wie die Gabel steht. Und das dann festschrauben. Wie man sich das merkt, zeige ich gleich. Da sind nämlich drei Buchstaben neben der Schraube. X, 0 und Y oder so. Und da kann man sich merken, wie das stehen muss. Ich habe das jetzt mal ganz leicht angezogen. Und dann den Lenker nochmal reingetan. Die Endstellung gesucht. Und jetzt werde ich es festschrauben. So, es ist fertig. Man muss hier aufpassen. Vor allem auch wenn man es auseinander baut. Diese Schraube hier, diese Imbusschraube, die ist meist festgeballert. Da musste ich wirklich, weil ich keinen Hammer hatte, also habe ich einen langen HZ-Imbusschlüssel und der hat nicht geholfen. Und dann mit einem schweren Drehmomentschlüssel da vorgeballert. Dazu sollte man aber einen vernünftigen Imbusschlüssel zum Beispiel von HZ haben, weil sonst dreht das rund. Und dann kann man das loskloppen. Ich habe das jetzt überhaupt nicht so fest gemacht. Das kann man ja auch noch ein bisschen nachziehen, wenn man merkt, dass der Lenker eventuell Spiel hat. Die Kunst an der ganzen Geschichte ist, das so einzustellen, dass die Lenker nicht labberig ist, die Gabel nicht wackelt, aber eben auch nicht schwergängig ist. Jetzt müssen wir noch den Bremssattel anbauen und dann sind wir fertig für heute. Dann könnte ich noch eine kleine Radtour machen. Na super. Jetzt hatte ich gerade gefilmt und das Video nicht an. Also nochmal von vorne. Also wenn man die Bremse ganz normal einfach nur anbaut, dann macht man das hier an der Gabel mit diesen beiden Schrauben. Wenn man jetzt die Bremsbeläge wechseln will, macht man auch diese beiden Schrauben los, nimmt das so ab, wie ich es jetzt habe, löst diese Schraube, die silberne, und kann dann hier die Bremsbeläge rausnehmen. Und genauso werden dann die neuen auch wieder eingesetzt. Da ist so eine Feder dazwischen, die ist bei den neuen auch neu dabei. Die setzt man rein, schraubt diese Schraube wieder fest und schraubt den Bremssattel wieder fest. Jetzt sind da noch zwei andere Schrauben. Diese Schraube und diese Schraube, die nicht losmachen, wenn man Bremsbeläge wechselt, weil damit wird der Bremshebel erstmal an diesem Adapter hier befestigt, aber eben auch zentriert. Wenn also die Bremse quietscht, dann löst, also lässt man natürlich das dran hier, diese beiden sind fest und diese beiden löst man. Und dann nicht zu lose, sondern so, dass das ein bisschen sich bewegen lässt. Dann zieht man den Bremshebel, hält den fest und macht die Schrauben wieder fest. Dann ist der Bremssattel komplett zentriert. So, jetzt brauche ich mal den Bremssattel an. So, damit wären wir fertig. Der Bremssattel ist wieder dran. Und das Rad lasse ich jetzt auch so. Ja, das ist ein KF9 mit dem großen 35 Aperestunden Akku. Farbdisplay und so weiter, also das neueste. Ja, das gibt es. Das ist ein Rückläufer. Die neuen haben jetzt auch eine Handyhalterung mit USB-Ladefunktion. Und ja, ich denke mal, bei Abholung wird das so um die 900 liegen. Und das müsste man aber die Einzelheiten noch absprechen mit Frau zu. Aber ja, UPS ist im Augenblick sehr teuer. Also der Thomas, ja Thomas war das, von dem ich dieses Rad auch habe, der hatte die super Idee, mit dem habe ich neulich mal länger telefoniert. Und der hat gesagt, die beste Idee ist doch einfach, wenn jemand so ein Rad haben will, so ein Rückläufer, und die Versandkosten von 250 Euro sparen will, weil die kommen da halt immer noch oben drauf, weil sonst rechnet sich das ja gar nicht mehr. dann holt man sich doch einfach ein 49 Euro Ticket. Ist egal, von wo aus Deutschland man kommt. Fährt einmal hier zum Dieter. Jetzt haben wir es ja auch wieder warm. Man kann hier zelten. Oder auch ins Hotel gehen, wie man möchte. Dann baue ich das Rad auch dann fertig zusammen. Oder überhaupt die Räder. Und dann kann man die per Paypal bezahlen und dann direkt mitnehmen und damit wieder nach Hause fahren. Kann man ja seine Sachen in eine Packtasche tun oder einen Rucksack. So viel braucht man ja nicht für eine Nacht. Oder wenn man jetzt ein Zelt und Campingzeug mitnimmt, das kann man ja hier auch drauf machen. Das ist ja auch kein Problem. Ja gut, das sind die Konditionen eben auch so für dieses Rad, denke ich mal. Ich will mich da jetzt nicht auch 50 Euro festlegen. Kann sein, dass es ein bisschen teurer oder billiger ist. Ich weiß nicht, was Frau zu da jetzt wirklich für haben will. Aber das schätze ich mal so. Und ja, das nur so, dass alle Bescheid wissen. Also wer Interesse hat, kann sich gerne bei mir melden. In der Kanal-Info ist ja meine Telefonnummer. Oder ein Kommentar schreiben, dann E-Mail ist da auch. Können wir auf jeden Fall einfach Kontakt aufnehmen. Mit der Telefonnummer kann man das auch über WhatsApp. Ja und das war es dann für dieses Video. Ich hoffe es hat allen gefallen, es war hilfreich. Wichtig ist halt diese Imbusschraube hier, wo die Lenksäule damit festgeschraubt ist, wenn man das selber wechseln will, die ist volles Rohr angeknallt, wenn das vom Werk kommt. Also ich habe das schon ein paar Mal gehabt und die nur mit Mühe losgekriegt. Aber dann ist das eigentlich ganz einfach. Ja gut. In diesem Sinne hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Könnt mir gerne da Likes draufklicken und ein Abo dalassen. Wobei ich habe gerade eben in einem anderen Video, was ich vorhin mal geguckt habe, gehört, und man kann ja gar keine Abos dalassen, sondern man kann ein Abonnement abschließen. Wobei das kostet ja nichts. Es ist ja nicht so wie ein Abo bei einer Zeitung oder so, wo man bezahlen muss. Das ist einfach nur, dass man erinnert wird, wenn neue Videos kommen. Ja. So ist das. Ja, dann verabschiede ich mich. Da steht Susannes Fahrrad. Das ist aus dem vorherigen Video. So. Das ist jetzt so gut wie fertig. Da muss jetzt nur noch der Akku dran. Packtaschen und so weiter. Und dann muss ich dann das alles nochmal testen. Also. In diesem Sinne. Das Wash House meldet sich ab. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.